Ja, wir rechnen wieder mal eine Klausuraufgabe gemeinsam, nämlich eine Aufgabe zur Teilbarkeit. Und die erste Aufgabe ist, bestimme den größten gemeinsamen Teiler, also den GGT, von zwei Zahlen, nämlich von 2024 und 231 mit Hilfe des euklidischen Algorithmus. Ja, also der euklidische Algorithmus muss eingesetzt werden und ja, dann lasst uns mal starten, den größten gemeinsamen Teil dazu bestimmen. Was ist denn der erste Schritt beim euklidischen Algorithmus? Was muss man machen, wenn man den GGT mit dem euklidischen Algorithmus bestimmen will? 2024, 231, was macht man als erstes? Wer weiß es von euch? Admiral Wurst, mehrfache Division mit Rest, Frohnatur. Wie oft passt die 231 in die 2024? Genau. Sehr gut. Wir teilen die 2024 per Division mit Rest durch die 231. Wie oft geht die 231 in die 2024? Pauke, danke fürs Folgen. Super, hallo, schön, dass du da bist. Wie oft passt die 231 in die 2024? So, und da muss man jetzt Kopfrechnen. Taschenrechner war nicht zugelassen in der Klausur. Ich habe meinen Studis immer gesagt, ihr müsst Kopfrechnen üben, Kopfrechnen trainieren, Kopfrechnen trainieren. Man muss doch nicht im Kopf rechnen, man kann es auch halbschriftlich rechnen oder schriftlich auf einem Schmierpapier, sozusagen in der Klausur irgendwo. Wir versuchen es mal im Kopf, würde ich sagen, oder? 231. So, wie kann man das im Kopf rechnen? Also andersrum. Ich würde überlegen, wie oft geht die 231 in die 2024 rein? Das hat auch Frohnatur gesagt. Also zehnmal nicht, da sind wir zu groß. Neunmal wäre die Frage. Stop, stream, gearbeiten. Danke fürs Folgen. Super. Ja, wie oft geht die 231? Dinox. Gibt es beim Kopfrechnen eigentlich Tricks? Ich bin da ganz schlecht, ich muss immer sowas schriftlich machen. Ja, es gibt Tricks, da gibt es jetzt an der Stelle keinen echten Trick oder so, aber in anderen Fällen. Ich habe auch ein paar Tricks auf YouTube gestellt, wenn ihr wollt, schaut mal rein. So, Ali. Genau, achtmal geht es rein. Könnte auch neunmal reingehen, bin ich gar nicht sicher, ne? Aber es ist tatsächlich achtmal, ne? Wenn man neunmal probiert, neunmal 200 ist 1800, neunmal 30 ist 270, 1800 plus 270 ist 2070, da sind wir schon über der 2024. Ja, genau, Sysadmin, wie sagte unser Mathelehrer vor 30 Jahren, ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Das ist natürlich wahr. Okay, also, neunmal ist schon zu viel, also es muss acht sein, ne? Achtmal 231. Was kommt da raus bei achtmal 231? Achtmal 200 ist 1600, achtmal 30 ist 240. Da sind wir bei, also ich schreibe es mal nebenhin, sonst können wir es vielleicht nicht alle merken, ne? Also, achtmal 200 ist 1600. Danke fürs Folgen, Winnetou. Super, dass du da bist, freut mich. Achtmal 30 ist 240, sind wir bei 1840 und es kommt noch achtmal eins dazu, also acht. Sind wir bei 1848, kann man sich überlegen, was ist denn in diesem Jahr alles passiert, ne? Bei 2024 kommt auch eine Richtung vor, was war nochmal 1848? Okay, so. Und was bleibt dann übrig? Jetzt, ne, also, was ist der Rest? Das ist jetzt entscheidend, was ist der Rest? Ähm, und da würde ich jetzt vielleicht erstmal bis zum 2000er gehen und dann nochmal 24 drauf addieren, wenn ich im Kopf rechne, also 1848 bis 2000 sind 152, 152 und jetzt kommen noch 24 dazu, also der Rest 176. Okay, machen wir mal diese Nebenrechnung wieder weg, das ist verwirrt nur. 1848 war der, was hat er gesagt, da war der 30-jährige Krieg zu Ende. Ah, interessant. Okay, Ali, genau, hast auch richtig ausgerechnet, 176. Okay, was müssen wir jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Ihr seid ran. Okay. Wie oft passt die 176 in die 231? Ah, 1648 war der 30-jährige Krieg zu Ende Linux. Robby, genau. Ich bin jetzt geschichtlich nicht so bewandert, ne? Könnt ihr mal googeln, was 1848 war. Okay. Genau, wir müssen jetzt schauen, wie oft passt die 176 in die 231? Genau. Wir müssen jetzt diese Zahl, die 231, hier rüber nehmen. 231 ist gleich, wie viel mal 176? Und der Rest. Also hier ist klar, 176 geht nur einmal rein in die 231. Und was bleibt dann übrig? Wir machen wieder ergänzend bis zum 200er, das sind 24, also 176 plus 24 sind 200. Und dann fehlen noch 31, also 24 plus 31 sind 55. Okay. Valencia war 1848 die Revolution in Deutschland. Also Leute, wir müssen es googeln, oder? Das geht ja gar nicht mehr. 1848, was war da? Warum rumraten? Revolution 1848 ist zentral für die deutsche Demokratie und Nationalstaatsgeschichte. Genau, 1848 war die Revolution in Deutschland. Okay. Gut. Haben wir jetzt geklärt, was 1848 war. Wunderbar. Weiter geht's. Was war jetzt der nächste Schritt? Okay, wir müssen jetzt wieder, also systematisch weitergehen, ne? 176 kommt hier vorne hin. 55 an diese Stelle. Also wie oft geht die 55 in die 176? Genau, ich habe euch nur getestet. Sehr gut, Nervis. Nullpointer. Genau, Anka, wie oft passt die 55 in die 176? Ali, Mathe und Geschichten in einem Stream. Genau, wir sind auf jeden Fall interdisziplinär unterwegs hier. 3 mal, genau, 3 mal 55 ist 165. Und dann bleibt 11 übrig. 165 plus 11 ist 176. So, und wieder 55 nach vorne ist gleich wie viel mal 11 plus wie viel? Und da sieht man jetzt schon, jetzt endet das Ganze, ne? 5 mal 11 plus 0. So, jetzt sind wir fertig mit dem euclidischen Algorithmus. Und hier, beziehungsweise hier steht der GGT. 11. Sehr schön. Genau, der GGT ist 11. 2024 ist durch 11 teilbar und 231 ist durch 11 teilbar und ist der größte gemeinsame Teiler von den beiden Zahlen. Ja, man hätte es gar nicht so ausführlich hinschreiben müssen. Man kann den GGT auch, den euclidischen Algorithmus auch etwas kürzer hinschreiben. Man hat hier die drei Zahlen A, B und R, macht so eine Tabelle und das Ganze dann noch mehr im Kopf, ne? 2024 und 231. Ups, verschrieben. 231. Was ist der Rest, wenn ich 2420 durch 231 teile? Wenn man das ausgerechnet hat, kommt 176 raus. Die schreibt man da hin und dann schreibt man hier die, na, 231 hin und hier die 176. 20 dividiert mit Rest und dann kommt 55 raus und dann kommt hier die 176 hin und da die 55 und dann kommt da die 11 hin und so weiter, ne? 55, 11, 0 und dann ist das der GGT mit dem euclidischen Algorithmus bestimmt. Sehr schön. Okay. Erste Aufgabe gelöst. Das war ein bisschen anstrengender mit dem Rechnen. Lorenz Punkt wurde in der Vorlesung auch besprochen, warum das Ganze funktioniert. Ja, genau. Also das war eines der Hauptpunkte zu besprechen, warum das so funktioniert. Und wenn ihr da interessiert seid, da gibt es auch Videos natürlich auf YouTube von mir, in denen ich das erkläre. Also, ja, okay, die nächste Aufgabe, Winnetou, wunderschönes Tafelbild, Dankeschön. Ja, okay. So, die nächste Aufgabe hier lautet, gibt die Primfaktorzerlegung der Zahl 2024 an? Und da meinte Valencia ja vorhin schon, das war Bies. Schauen wir uns mal an. So, 2024, da wollen wir die Primfaktorzerlegung haben, die Primfaktorzerlegung unseres Jahres. Admiral Wurst startet schon, ja, mit genau der 11. Warum startest du mit der 11? Naja, weil wir wissen, dass die 11 Teile ist von der 2024. Das könnten wir machen. Viele haben anders angefangen. Wie viele fangen denn an? Viele fangen denn wie an? Was meint ihr denn? Wie fangen da viele an an der Stelle? Die Primfaktorzerlegung. Aber vielleicht würdigen wir noch mal das Ergebnis von Admiral Wurst. Das ist nämlich echt super, ne? Also viele teilen durch zwei, genau. Admiral hat geschrieben, die 11 ist Teiler von 2024. Außerdem ist 2024 durch 8 teilbar, weil hinten die 024 steht. Durch 8 teilbar. Teilbarkeitsregel durch 8. Also ist 2024 durch 88 teilbar. Super, genau. Also ist auf jeden Fall durch 8 teilbar. Genau, also wissen wir auf jeden Fall schon mal, das ist 2 hoch 3 mal irgendwas, ne? Aber wenn wir vielleicht schrittweise vorgehen, weil wir wissen nicht genau, was es dann ist. Also machen wir 2 mal 1012. Das ist gleich 2 hoch 2 mal 506. Und das ist gleich 2 hoch 3 mal 253. So, an dieser Stelle haben wir wahrscheinlich viele Schwierigkeiten gehabt. Valencia, du vielleicht auch an der Stelle, weiß ich nicht, ne? Aber du hast gerade geschrieben, jetzt sehe ich, wo ich hätte schlau denken können. Genau. Also bei 253 kann man jetzt anfangen. Okay, wodurch ist 253 teilbar? Durch 3 oder durch 5? Ne, auch nicht. Durch 3 auch nicht. Quersummenregel durch, keine Ahnung. 9 auch nicht wegen der Quersummenregel und so. Man kann sich daran erinnern, dass der GGT von 2024 und, was hat man hier oben gehabt? 231, ne? 11 ist. Das heißt, 11 ist ein Teiler von 2024. Aus diesem Grund habe ich diese Aufgabe A auch zur Aufgabe A gemacht. Damit ihr hier schon, genau, 203, 50 war das Problem. Aber bei Aufgabe A habt ihr ja einen Teiler rausbekommen von 2024, nämlich die 11. Deswegen habe ich die Aufgabe auch als erste Aufgabe gemacht, damit ihr diese Erkenntnis auch in der zweiten Aufgabe verwenden könnt. Also da muss man dann gar nicht lange denken, sondern muss man einfach nur durch 11 teilen. 2 hoch 3 mal 11 mal, und was, ja, 253 durch 11, genau, da hatten wir wahrscheinlich einige Schwierigkeiten an der Stelle, kann ich mir schon vorstellen, ja. Bei einer 23 durch 11 ist, na, wenn man scharf hinschaut, sieht man es, mal 11 mal 23, ne? 11 mal 23, und 23 ist eine Primzahl. Primzahl. Okay, fertig, Primfaktorzerlegung. Und jetzt sollen wir noch das Hasse-Diagramm machen. Okay. Das ist auch dann relativ klar, wenn man das mal gefunden hat, ne? Ja, Lorenz, na ja, so viele Optionen wären da ja gar nicht dazwischen gewesen. Genau, 3 sieht man mit der Quersummregel, 5 sieht man direkt, 7 müsste man testen, kennen wir dann schon die 11. Genau, die 11 kommt auch noch als, also ganz so fies war es nicht, weil, also entweder man wusste die 11 aus der Aufgabe vorher, oder es ist dann halt eine der nächsten Möglichkeiten, die man testet. Also es ist nicht sowas wie 23 mal 29 oder so, das wäre fies gewesen, ne? Aber das war nicht fies. Okay. So, jetzt das Hasse-Diagramm. Ähm, also, na, klar, man hat jetzt hier mit der 2, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, ähm, geht mal in eine Dimension. Ali, tschüss, schön, dass du mitgemacht hast. Schade, dass du schon gehen musst. Beim, bis zum nächsten Mal, ja? Ähm, bis zu 2 hoch 3, nur in einer Dimension. Dann hat man eine zweite Dimension mit der 11, also hier vielleicht die 11, so. Und dann kann man schon mal vielleicht den Boden skizzieren. Und das ist jetzt gar nicht, weil es ja gar nicht verlangt irgendwie, dass man da alles dran schreibt an diese Knubbel, ne? Sondern mir geht es einfach nur um die Struktur, dass man die sieht. Jetzt geht man hier nach oben noch mit der 23 und dann, ja, repliziert man sozusagen den ganzen Boden nochmal eine Ebene höher. So, und dann kommt das Hasse-Diagramm der 2024 raus, die dann ganz hier oben an der Spitze steht natürlich, ne? Ja, das hätte mir genügt bei der Aufgabe. Okay. Ja, wer immer Lust hat, auf Social Media zu connecten, gerne. Hier ist der Link im Chat, Beacons, AI, C Spannagel. Da findet ihr meine ganzen, was weiß ich, Instagram, TikTok, X, Mastodon, Blue Sky, Rats und so weiter und so fort. Vielen Dank. Vielen Dank.